Hallo Leute und herzlich willkommen zur Vorschau für das Match mit der besten Matchcard, die es jemals gibt. Zur Vorschau für Survivor Series. Ja Leute, es ist wieder soweit. Es ist die Survivor Series am Spiel und das ist nur ein ganz ein ganz ein kurzes Infovideo. Nämlich hat hier Tim Brian vor ein paar Tagen auf Mission Phoenix angekündigt. Und dass es Tim Brian vs. Mr. Mahomo für die Wednesday Evening Premium Championship endlich mal wieder heißt. Und das wollte ich jetzt nur sagen, das ist kein Fake oder irgendwas. Es ist ganz fix. Dieses Match wird ganz fix stattfinden für die Premium Championship und eines noch vorab. Es hat ein paar Gerüchte gegeben, dass das jetzt ein No Disqualification, No Countouts Match wird oder ein False Count Anywhere Match. Nur dass das jetzt mal ganz früh geklärt ist, wird es nicht ganz fix, aber eher mal nicht. Das heißt höchstwahrscheinlich ein ganz normales 1 gegen 1 Match mit eben einem normalen Referee. Ja, genau. Nämlich hat Tim Brian auch gesagt, Katzli wird nicht da sein, wird ihm nicht zur Hilfe sein. Und er ist ein ehrlicher Mann, er sagt das so. Ja, das stimmt wirklich. Es ist offiziell. Katzli ist vor wenigen Tagen in den Urlaub geflogen. Ja, und er wird auch heute am Abend bei Wednesday Evening Premium nicht kommen. Er wird im Urlaub im Bett kommen und wird diese Woche nicht zu Wednesday Evening Premium kommen. Und dann logischerweise auch nicht zur Survivor Series. Wie es nächste Woche bei Premium aussieht, weiß ich noch nicht. Ich glaube, der wird auch nicht kommen. Dafür eine Woche später bei Premium wird er wahrscheinlich zurückkommen. Und das hat er ungefähr so erklärt. Weil er hat einmal uns ein Video geschickt. Aber das haben wir leider gelöscht. Fragt mich nicht. Auf jeden Fall so hat er das gesagt. Ja, bei der Survivor Series wird es ein Match geben zwischen dem Tim Brian und dem Mr. Mahomo. Und da wird der Tim Brian und Mr. Mahomo so richtig herlassen. Und der Tim Brian wird das Match mit einem Lukaku-Slam für sich entscheiden. Ja. Und dann werde ich wieder zurückkommen. Und dann werden wir beide als Champions im Ring stehen. Ja, genau so hat er es gesagt. Ich hoffe, ich habe es relativ gut rübergewascht. Das ist wirklich nur ein ganz kurzes Quatsch-Video. Dann muss ich auch, weil wir so viele gute Nachrichten haben, leider auch mal etwas Schlechtes sagen. Okay, dann steigert wenigstens die Vorfreude. Nämlich wird die Survivor Series ja wie geplant diesen Samstag bei uns stattfinden. Am Nachmittag. Aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht mit dem Hochland. Das heißt spätestens, aller, aller spätestens, kommt es nächstes Wochenende bis Anfang übernächster Woche hoch. Wir geben alles zum Schneiden. Aber das ist wirklich so viel Arbeit. Wir haben wirklich ganz coole Kameraperspektiven. Noch viel mehr mit voll kommentiert alles. Sogar auch erstmalig, ich kann euch noch nichts versprechen, aber vielleicht sogar Englisch. Für alle US-amerikanischen Zuseher. Hahaha, lustig. Und ja, deswegen wird es erst ein bisschen später kommen. Tut uns leid, aber es zahlt sich trotzdem auf jeden Fall auszumschauen. Das gleiche zählt auch für heute Abend. Das wieder Prim. Also wenn jetzt nicht so etwas Spannendes passiert, können wir es vielleicht noch heute schaffen. Aber eher nicht. Das heißt, es wird leider wieder erst morgen oder übermorgen kommen. Aber das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich freue mich schon so auf Prim und auch auf die Survivor Series. Haut rein Leute. Und ciao.